Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu War of the Borgas mit dem Spiele-Kaiser. Hallo, also irgendwas muss ja hier sein, das ist ja bestimmt hinter der Tür hier. Bist du bereit abzuhauen? Noch eine Tür. Fluchtweg, scheiße. Die ist aber unlockt. Kann er da? Okay. Ich hab mal zugemacht. Ja, das ist nett. Oh, hier war Chili. Ich hab ein Zielfernrohr gefunden. Wat? Hier sind zwei Tresore hinter. Aha. Ich hab ein Extended Scope gefunden. Okay, cool. Damit kann ich eine Long-Distance-Sniper craften. Wow! Ich hab eine 499er Magnum. Boom, Baby. Äh, da kannst du dann glaub ich mit einer, ähm, äh, sag schnell, mit dem was du da gefunden hast, kannst du toll was upgraden. So ein Remington oder so. Ja, genau, genau. So sah das aus. Aber hier muss doch noch mehr sein. Ich hab den ganzen Aufwand hier nur für so ein paar Dinger. Ich mein, da hängen einige Lampen oben, ne? Okay, wenn das ein Casino ist, dann haben die doch garantiert irgendwo, äh, hier ist ein Kassen. Hm. Haben wir sonst alles? Haben wir. Ja, ich glaub schon. Ich denke mal, dass hinter den Wänden oder irgendwo hier noch was versteckt ist. Naja, vielleicht hier links noch, oder? Ja, hier ist noch was, ja. Äh. 499er Magnum. Hier ist nochmal eine Doppeltür. Are you ready? Ready to rumble. Ready to run. Guck mal, kannst du schon irgendwas sehen? Boah, was ist denn das? Äh. Ich hab ein bisschen Angst. So. Sehen sie was? Nee. Refrigeratore. Ich klopp die jetzt gleich mal weg, weil manchmal sind auch hinter irgendwelchen Sachen noch versteckte Gänge oder so, aber da war nix. Und bis hier? Naja, gut, das wäre nicht alles, wo. Ja, in dieser Mod ist halt alles möglich, aber da ist auch nix. Das stimmt, ja, ja, natürlich, also. Okay, hier ist noch eine Tür und dann geht's hier hoch nochmal, aha. Oh, Armabberg, sorry. Boop, 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 boop! Boop, 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 boop. Übrigens, ähm... Nichts, ne? Genau, das fällt mir grad ein. Kerzen kann man... Oh, ups, entschuldigung. Das hat euch jemand mal geschrieben, wir sollen auch statt Fackeln Kerzen nehmen, also es waren so der Zeit, wo wir noch keinen Strom hatten. Okay. Weil Kerzen kannst du halt, ähm, die brauchen kein Brennmaterial. Ah. Wo sind wir denn hier? Ah, bei der Kasse. Ja. Dann gucken wir eben schnell in den Tresor rein hier. Noch eine Magnum mit einem Schuss, super. Ein paar Münzen, die kann ich gleich aufnehmen hier. Ähm, warte mal, das Bress kann ich da mitnehmen? Es gibt kein Bress, wieso das nicht? Ah, die Taschen voll sind, na klar. Bress brauchen wir auf jeden Fall. So. Haben wir alles? Ja. Wahrscheinlich nicht, aber... Wird doch sein, dass irgendwo noch ein Geheimnis steckt, ja. Ich gehe mal stark davon aus. Aber wir brauchen erst mal Munition und, äh... Ja. Wir brauchen Kohle. Kohle ist jetzt ziemlich... Ziemlich wichtig. Muy importante. Gut, es ist ja jetzt Nacht, von daher könnte es ja sein, dass wir dann unter der Erde noch ein bisschen was finden. Ja. Puh. Ja. Das war schon knackig. Also, ist da Clay hier? Ja, also die Feralen auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja gesehen. Ich meine, jetzt mit Fall und Bogen gegen Feralen anzutreten, ist natürlich auch... Naja. Spaßig. Ich nehme ein bisschen Clay mit. Weil wir haben so viel Eisen und so wenig Clay da drin. Sag mal, ey, wie viel... Das ist unglaublich. Wir sind schon mal eben 3000 Clay. Nur mal so. Äh, was habe ich denn hier? Zink. Oh, sehr gut. Ein Zink vorkommen. Und ja. So, Clay haben wir. 6.720. Kann man mit 10.000. Achso, Moment. Ich könnte ja auch mal mal skillen, ne? Ein 6 Punkte noch über. What? Meiner geht nicht, weil mein Tool ist 40. Ich gebe dir gleich mal die Orga, da kannst du auch mal ein bisschen... ...leveln. Level für Level für Level. So, wir brauchen noch einen verdammten Beaker. Oh, ich bin voll. So, kommt her. Athletics 60. Hallo. Clay 10.000. 11.000 Clay. Sollte reichen. Nein! 25 Punkte. Na gut. Ich habe gerade mein Athletics auf 60 hochgepusht. Ach? Damit ich den letzten Sexual Tyrannosaurus hier lernen kann. Das ist eine gute Idee. Ja, aber es hat nicht gelangt. Okay. Mir fehlen dann wieder Punkte. Ähm, 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 ähm. Was sagt der Mais? Wir sollten mal langsam, ne? So. Wieso brennt denn das Minibike? Was? Minibike brennt? Ja. Wah? Ziemlich lustig aus. Das Minibike brennt? Jo. Also bei mir zumindest. Da steht der Motor in Flammen. Oh. Alter. Was ist denn hier los? Äh, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so kaputt. Ich guck mal rein, warte mal. Oh ja. Das ist alles komplett im Arsch. Also wirklich. Wie kann das passieren? Zombie-Gegenrand? So. Repariert. Refueled. Ich hab... Dürfte eigentlich nicht sein. Okay. Was ist der Scheiß? Aber wie kann das denn sein? Das war... Nein! Siehst du gut, ob wir die Leitern haben? Wir müssen... Achso, wir haben noch keine Chemiestation. Noch nicht. Wir brauchen einen Beaker noch. Einen einzigen Beaker. Und ich überlege gerade, wo kriegt man... Na ja, jetzt nachts sowieso nicht, aber... Kann man den herstellen? Nö. Und Essen. Wir brauchen unbedingt Essen. Wir müssen Tiere holen. Dann müssen wir in den Wald fahren. Also Beaker suchen, ganz wichtig. Genau, die Quest machen. Tiere holen, Essen holen. Und Kohle. Weil, ich sag mal, die ganzen Sachen für die Grube, die laufen ja hier. Also wir haben jetzt hier noch irgendwie 97 Minuten, wo Konkret durchläuft. Müssen gleich noch ein paar Steine holen, die wir dann noch zu Zement machen können. Und ich schmeiß mal eben Clay hier rein. Sehr viel Clay. Da sind ganz viele Spitze fertig übrigens. Na ja, da werde ich jetzt... Ich will eh gerade. Ich werde aber auf den... Lieber auf den Combat Bow gehen. Okay. Und ich glaube, der macht sich da besser. So, so und so. Breast 235. Machen wir schon mal ein paar Casings. Na, verstehe. Ich mache mal das ganze Breast und den ganzen Gramm hier oben rein. Ah ja, das ist gut. Können wir auch bei Zeiten mal einschmelzen. Aber erstmal brauchen wir jetzt... Äh, Kohle. 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 Kohle, ja. Kohle wäre gut. Wir haben irgendwie 3000 Potassium. Man muss halt schauen, dass wir da irgendwie Kohle zusammen kriegen. Für weiteres Pulver. So, das, 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 das. Breast, Breast, Breast. Schön für Breast hier. Können wir ein paar Kerzen aufbauen wegen der romantischen Stimmung. Hm. Soll ich den Bart einlassen? Schwierig, so. Bis morgen. What? Was? Wir müssen abbrechen. So, Knochen. Wir müssen abbrechen, achso. Fühlt sich unangenehm. Äh, nicht, das will ich jetzt los. Okay, geht dann. Achso. Komm, jetzt geben wir keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Alles, tschüss. So, warte mal, das da rein. Tanksten, wo mache ich den rein? Dann mache ich über den Dings hier. Oh ja. Wo kriegen wir einen Beaker her? Hast du noch weiteren Beton angesetzt? Guck mal rein. Oh, läuft noch, ja. Ein bisschen. Alter. 95 Minuten. Also, ich glaube, wir haben uns das angesetzt. Geil, ne? Absolut. Shotgun-Shell-Crafting. Ähm, was macht denn noch Sinn? Ammunition. Öff. Also, ich finde, 9mm ist halt immer gern genommen. Oder halt für die Diegel oder so. Aber bevor wir keine Waffen reparieren können. Macht wenig Sinn, ne? Mhm. Die Frage ist halt, kann ich, könnte ich die reparieren? Nee, kann ich nicht. Die kann ich nicht reparieren. Hunting-Rifle würde gehen. Also, 762. Ich mache uns mal ein bisschen Licht. Mhm. Einfach nur, weil's besser als die Fackeln sind. Ja. Crucible. Können wir einen zweiten machen? Dann können wir Doppelstahl herstellen. Komm, machen wir. Machen wir das. So, einmal. Das sind schon 234 Stahlbarren. Das brauchen wir Mechanical Parts. Und da und ein bisschen Forged Iron noch. Ach, warte mal. Ein bisschen Tablettchen hier hätte ich gern. Also, keine Ahnung, aber... Ich hab' noch. Craft that shit. Cool. So, Händlerkiste. Schmeiß ich mal das Geld rein. Das Rezept. Das Geld. Ich würd' morgen mal Wasser besorgen. Mhm. Wobei, sind noch sechs Bottled Water und hier sind wir noch... Tankstenschoffi. Cool. Was hab' ich jetzt grad getrunken? Tod in drei, zwei, zwei, vier, zwei, drei. Wieso lässt du denn den Golden Rotty nicht kochen? Bottled Water hab' ich. Ah, jetzt. Manchmal so ein bisschen bucky, hab' ich's Gefühl. Ja. So, gib mir doch mal die Orga, bitte. Ich muss mal kurz runter. Sehr gerne. Warte, ich mach's eben heile. Warte mal, wir müssen mal draußen um uns zu die Horde kümmern. Was war denn das? Hörst du das? Ja, ich hör's. Geil. Geht's nie hoch. Oh, hier. Oh, die arbeiten sich aber durch die Spitzen. Spitzenmäßig. Ziemlich spitzenmäßig durch die Spitzen. Wieso? Ach, lad nach, Mann. Ja, das war jetzt aber ein kurzes Vergnügen. Na gut. So, ich würde jetzt mal gern Orga. Ja. Ähm... Wo ist sie? Da. Sprit ist in irgendeiner Kiste hier, warte. Hier, 2000, schmeiß ich dir mal hin. Das ist 10 Füllung. Und arbeite dich am besten Richtung Westen. Norden oder Westen. Da ist ganz viel Sand. Wir brauchen immer noch was zu essen. Ach, den Aufgang hab ich immer noch nicht fertig. Den hab ich doch mal angefangen, oder? Ja, kannst du erst mal ein paar Level machen. Na gut, das könnte ich aber auch hier, wenn ich das runter orga... Ja, du bist halt im Sand sehr schnell, ne? Ach so. Ähm, was Richtung Westen? Genau. Und gucken, dass wir Richtung Norden oder Richtung Westen. Da ist der Aufgang zum Anderen. Äh, nee, nicht Richtung Westen, sorry. Ne, 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 ähm... Falsch. Norden, Osten. So. Norden oder Osten? Ja, ich zeig dir einmal den Durchgang. Ich hab ja hier so einen kleinen Gang gemacht. Ich würd auf jeden Fall gerne den Aufgang hier mal fertig machen, dass wir wahrscheinlich nicht runterkommen. Hier kannst du dich eigentlich austoben. Also hier ist zum Beispiel noch Potassium und so. Ah, da in der Ecke, ja. Wunderbar. Vielleicht ist sogar Kohle da. Okay, warte mal. Ich werde mal für diesen Part... Sound ein bisschen runter. Dann werde ich mal die Overall Volume... ein bisschen nach unten sitzen. Also ich höre dich hier oben jetzt nicht mehr. Das ist cool. Das haben wir, glaube ich, gefixt. Ich muss eigentlich in die Hocke gehen. Nein. Dann geh doch in die Hocke. Nee, in die Hocke bringen... Gehen... In die Hocke... Bringt nix. Okay. Boah, da haben wir ein Zement hier. Unglaublich. So, da kommt ein bisschen was. Und da auch. Goodie. Was denn das, was ich hier hole? Tanksten. Also richtig schnell leveln machst du halt, wenn du einfach nur Sand wegmachst. Und jetzt habe ich einen Topf in der Tasche. So... Grüße an Themen. Erst mal ein bisschen Hundefutter. Das ist schon krass. Ich meine, wenn du hier überlegst, wie lange du da rumschlagen musst... Ja. Schon ein bisschen imbar, ne? Muss ich mir jetzt ein bisschen kleinen Podest bauen. Mit meinen 25 Holz habe ich aber auch richtig Podest, also... Ich habe noch zweieinhalb in der Tasche. Nee, nee, ich habe hier unten die weggenommen, die du mal gesetzt hattest. Ah, okay. So, dann das rein. Also Kohle. Wo kriegen wir Kohle her? In der Nacht. Oh. Was? Stürzt kurz. Zack, zack. Und dann braucht es noch acht Minuten. Okay. Sieht doch alles gut aus. Läuft. Schatzkarte, warte mal, Geld. Klaas, Skola und Marksman. Ach, das ist doch das mit den fünf Tiere töten, ne? Mit dem Holzbogen. Mit dem Marksman, genau. Dann, komm, ich mache die auch. Das können wir am nächsten Tag mal machen in der... Ja. Wenn wir in die Wüste gehen. Aber Tanks ist doch auch schon viel besser als Stahl, oder? Tanks ist mega, aber um Tanks irgendwie verwursten zu können, müssen wir Level 100 sein. Level 100? Ja. Ups. Dann kannst du Tanks einen Barren herstellen. Rodenbow. Na, guck mal. So, den Bogen habe ich schon mal. Boah, ist hier Zeug drin. Geil, ne? Also das ist... Ähm... Haben wir noch irgendwelche normalen, stinknormalen Pfeile? Ne, da sind Federn. Da haben wir ein paar Steel Arrows. Das ist auch die erste Quest, okay. Boah, da kommen bestimmt ein paar, äh, gute Töte, den und den Zombie hinterher. Ähm, du meinst mit dem, mit dem Marksman? Mhm. Du musst erst, ähm, mit dem Bogen töten, danach dann mit, ich glaub, ne Sniper kriegst du dann, oder so. Okay. Das geht immer so weiter. Ja, ich hab mir mal einen Bogen gemacht. Also, was ich immer so weiter in dich setze. Also, das hätte ich jetzt schon mal erledigt. Bei der Quest muss halt echt draufpassen, dass du dieses Inventar leer hast. Das ist ja für mich gar kein Problem, ne? Stimmt. Also, sonst kriegst du die Quest-Belohnung nicht in dein Inventar, weil du kriegst von denen die Waffen, damit du die in deinem Inventar machen kannst. Ja, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ja, Leckfett geht das schon herum. Jetzt, ja. Blöd. Hier oben ist auch nochmal Tankschen, das ist ja überall der Scheiß. Ja, ja, da kriegen wir richtig, richtig ordentlich was. Fangen wir an, ob wir so viel brauchen. Können wir uns ja... Ja, dann sehen wir uns morgen wieder und ich würd sagen, das Hashtag, das Hashtag, das Hashtag ist dieses Mal... Das Tankschen. Tankschen. Tumsten. Tankschen. Dann? Was Tankschen. Was Tankschen? Bleib frei. Gut, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Tschüss.